Sie bewegen sich! So, wo ist er? Oh, einer von uns? So, da ist es! Das ist doch kein Erhöhung, kann was. Ich muss auch was wissen, was ich tun soll, als er verletzt werden. Ja! Na ja, Junge, du musst schon treffen. Lade nach, gib mir Deckung! War das alle? Ja, alles klar! Dann mal weiter! Boah! Boah! Gut, bisschen Muni aufsammeln! Weil die sind jetzt relativ ausgegangen. Das, äh, Schatzschutz, wir behalte ich mir mal. Das ist, glaub ich, ganz, ja, gut, ich kann damit, da ich überhaupt nicht umgehen. Die Jungs haben hier hauptsächlich AKs rumliegen, soweit ich das mitbekommen habe. Das sind die AK-Fans. Tch, 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 Ich, is auch, is auch, nene recht nicee Waffe. Das war ein AK. Shotgun, komm. Das war ein AK. Shotgun, komm! Wie viele Männer brachten Sie mit H und Daniels? Nein, ich sage jetzt gar nichts mehr. Lassen Sie mich mit Conrad reden. Wirklich. Was glaubst du, wie lange Daniels durchhält? Nicht mehr lange. Das glaub ich auch, ja. Was ist noch? Munition? Das nehm ich gerne mit. Okay. Du musst nachladen. Gottes Willi hätte ich auch nachladen. Naja. Egal. Das wird ich schaffen. Da können wir nicht lang. Vorsicht. Nein, nein. Komm noch runter hier. Boah. Was zum Teufel? Den Messer. Vorsicht! Schrott findet ihr im Anmarsch! Sie wird nervös! Einer ist ungeweckt! Er liegt nur Boden, okay. Hey Junge! Ich erlöse dich von deinem Anmarsch! Ich erlöse dich von deinem Anmarsch! Ich bin weg! Pass auf, das kommt zum Verrückter! Vorsicht! Da kommt ein Experte! Der bekommt ein Teilteam auf zwölf! Wo, was? Lade nach! Aufpassen! Da kommt ne Schrottflitte! Das sind die Verarschen! Vorsicht! Tango will vorrücken! Okay, ich kenn mal hier. Da kommt aus der Deckung! Einer weniger! Okay, hab ich ne Spittekanade noch? Ja, aber... Schwinde! Ja, und warst du Licht dafür? Okay, hab ich erledigt! Halt, bewegen sich! Vorsicht! Der ist ungedeckt! Piss dich! Aufpassen! Da kommt ne Schrottflitte! Von wo? Oh! Rücke aus! Tango im Anmarsch! Bedrohung eliminiert! Gegner ist tot! Komm! Alter, was los mit dir? Auf alle in die Richtung! Da ist noch Munition nachzuladen! Vorsicht! Tango will vorrücken! Er will vorrücken! Ja, komm! Übernicht! Ziel am Boden! Meiner ohne Deckung! Leg ihn um! Ich brauche hier Hilfe! Lass nach! Gib mir Deckung! Hör! Okay! Ja! Ich brauche Munition verflucht! Oh scheiße! Habt ihr den Irren mit dem Messer gesehen? Ja! War ja kaum zu übersehen! Nimm nicht vor solche Ideen in der Hand! Ich brauche Muni! Schnell jetzt! Wir müssen Daniels finden, bevor die 33. beschließt, das entgegen ich war eh was soll ich das ich möchte ist gesicht die st die stadt als zeichnen sie jetzt unbedingt ist sich die die das so kurz der erste naja Wunderbar. Eieiei. Okay. Alter, nicht so laut. Oh Gott. Wo ist der Zweite? Wo ist Adams? Hey Adams. Alter, wo ist er? Wo ist er? Und wir? Alter, was ist mit ihm? Ach du Scheiße. Er ist definitiv schon länger tot. Aber wo ist Adams? Ernsthaft, wo ist Adams? Logo ist hier, aber Adams fehlt. Suchen wir den Ausgang. Da ist der Tür. Da geht's wohl raus. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Wo ist Adams? Alter, ist er jetzt verpackt oder was? Na gut, dann mal raus. Vielleicht kommt er ja eh wieder. Beim nächsten Ades Green ist er auf jeden Fall wieder da. Eieieieiei. Weiß nicht, ob das denn gut ist. Ach, der Scheiße. Ach, der Scheiße. Ach, der Scheiße. So kommt man auch nach Runden. Au. Scheiße. Toll. Kein Signal. Ausschärmen und alles durchkämmen. Wer ist irgendwo da unten? Wird ja immer besser. Okay, ich brauch schnell ein Gewehr. Scheiße. Ach, du Kacke. Ja! Hä, weh. Oh, Gott. Hörst du mich? Ja, hör ich. Alles okay. Schwingt euch hier runter. Gut gemacht. Nein, 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 nein! Bis dich. Die Pär die Nein, 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 nein Kopfschuss, obwohl ich nicht gezielt habe Ich sehe absolut nichts hier unten. Adams Logo, wo steckt ihr, verdammt? Ja, seit wirts Mir geht wirklich die Munition gleich aus Nein, 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 nein Na, Gott sei Dank Ach, Gott sei Dank Ach, sehr nett, dass ihr da auch kommt Endlich, hat lange gedauert, Jungs Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah Dann mal los Da sind sie Ich geh rein Einer ohne Deckung, legen die los Granate raus Einer weniger Lade nach Tja Alle tot? Ich nehm's fast an Granatentyp Haftgranate, sehr schön Wir sind ein paar Versprengte Erledigt sie, bevor sie Alarm schlagen Hände aus Engel fest Feind bewirkt sich, Vorsicht Sengor neutralisiert Ui Feind über uns Da kommt einer mit einer Schrotflichte Scheiße Wir machen uns hier fertig Feind aus Feind ausgestattet Ähm, ich bin hier nicht gerade in beste Position für sowas Bin unterwegs Aus Delta rück vor Äh, ja Ah, lauter Waffen die ich nicht hab Junge Shotgun Zackgasse Adams, mach die Tür auf Alles klar Gut, dann nehm ich die Scheiße Was ist denn? Etliche Gegner von hinten Wir sitzen in der Falle Walker, da ist ein MG Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache Kein Problem Wir haben sie Vorrücken Los, los Ich kann dir helfen Boss Nenn mir ein Ziel Okay Außen auf den Fasskontainter Feind über uns Feind über uns Feind vorrücken Er kommt aus der Deckung Na dann Na dann Ui Okay Ja, ich Was? Oh, Eier Wie wär's wenn du auch was tun würde, das wär Sehr sehr hilfreich Ich bin es nicht Ich bin es nicht Nein, vielleicht doch ein bisschen Na, ich guck mich noch um Die Zeit muss sein, die Zeit muss sein Eigentlich ist sie nicht da, aber Ach, kein Schutz Ich kann mal nachladen Dann ist mir nicht so ein Magazin voll Na gut Was wartet ihr? Auf mich aber Oh Gott Oh Gott Scheiße Oh Gott So viele Leichen Var Sie Seid ihr noch bei uns? Herr Bewusst die messer dran waren aber beim feuer verdammt da habe ich nur noch geschrien wie am spieß enttäuschend aber jetzt kenne ich das gefühl zusammenzubrechen als meine haut kugelte hätte ich vater und mutter getötet nur damit es aufhört jeder rebell vor mir wird diesen schmerz kennen lernen und wenn er zusammenbricht werden wir wie brüder sein wir haben dem tod ins auge gesehen und haben gezückt verbrennt möchte ich nicht werden das ist echt heftig wir haben ihre eigenen leute gekillt die sind aufeinander losgegangen du hattest recht wort ich hätte lieber unrecht okay jungs gehen wir weiter was heftig vorsicht die werden nach wirklich man läuft nicht so ich sehe es machte scheiße wenn das denn jetzt ist dann ist der man schon längst tot das war eine falle scheiße was ist hier los logo kein blassen sonst wow rückkopplung identifizieren sie sich wer zum geier seid ihr captain fickt dich ins knie tja captain diese falle war für einen fuchs namens gould bestimmt sie sind nicht gould sehen sie ich weiß nicht wer sie sind keiner weiß das das ist gefährlich ach ja und für wen für alle ich meine mal ehrlich ihr habt doch nicht geglaubt wir lassen euch hier einfach rein spazieren doch haben wir wir suchen überlebende tja ihr habt was gefunden schöne scheiße was los geht's jungs ach du scheiße was zur hölle da oben das ist gut verschwindet alter scheiße als das als das als 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 als